Hallo liebe Leute, hier ist Google Assistent von AgroMichi21. Heute werden wir mit mir ein bisschen Spaß haben und am Ende den Michi die Fresse voll polieren. Was hast du gesagt? Schnauze! Da bin ich wohl gerade verwirrt. Was hab ich gesagt? Hallihallo liebe Leute, ich bin Albus AdWordsMazocks. Let's Play von Crazy Unterhaltungsvideos. Ja wie ihr ja gerade mitgehört habt. Alter, der Google Assistent bzw. Ok Google. War ja mal ziemlich frech zu mir oder? Krass. Oh man. gut da würde ich mal sagen haben wir mal ein bisschen spaß mit ok google und falls sie gerade nicht aufpasst dann werden wir ihr beziehungsweise werde ich ihr die fresse voll poliert ok let's go hallo ok google was kannst du denn für mich tun hier sind einige dinge zum ausprobieren du kannst sowas sagen wie man spielt bayern münchen oder nachricht an alle es ist zeit zum filme gucken um mehr zu sehen wische einfach über den optionen auf deinen bildschirm ein bisschen näher hier so randen vielleicht mache ich auch mal den pop schutz hier ein bisschen weg schnauze schluss aus alles klar ok wie viel grad ist es gerade in friedrichsdorf sind es momentan 18 grad ok nicht schlecht so dann würde ich mal sagen veräppeln darf ich dich verschlagen na 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 so weit kommt es wohl noch kämpfen fragezeichen dazu habe ich folgendes gefunden abbrechen ok hat sie gemacht ok erzähl mir ein paar flachwitze wo wohnen katzen im mietshaus oh god noch ein welcher ring ist nicht rund der hering der hering der hering hä überrasch mich ich habe ein paar fakten zusammengestellt aus neon unnützes wissen vielleicht können die dich überraschen nein lass gut sein ok übrigens leute man kann es auch mit google assistenten auch machen zum beispiel so google assistent sprich mir nach ich bin ein google assistent und ich bin doof du hast gesagt ich bin ein google assistent ok das andere hat sie an ich bin so schlau wie ich kann und das ist manchmal noch etwas dumm alles klar sprich mir nach ich bin ein google assistent und heiße ok google ich bin der google assistent von michael und spreche ihm gerade nach du hast gesagt ich bin ein google assistent und heiße ok google ich bin der google assistent von michael und spreche ihm gerade nach ist schon nicht schlecht das ist schon geil leute ne ich könnte zum beispiel auch mal sagen hey sagen wir mal so einfach mal sprich mir nach ich bin faustus zockt und zocke du hast gesagt ich bin faustus zockt und zocke du hast gesagt ich bin ein paar piraten und fick dich hart in den Arsch Was? Ich bin ein paar Piraten... Junge, was geht denn da ab? Okay, noch ein Bits, Leute. Ja, komm. Noch ein Bits. Ich hoffe mal. Wie sagt die Holzwurmmama, gute Nacht. Busch ab ins Brettchen. Erzähl mir Mutter, bitte. Deine Mutter ist so anziehend. Manchmal bleibt selbst der Kühlschrank an ihr kleben. Noch ein. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Alter, was geht denn hier ab, Alter? Interessante Info. Ja, der 23. April ist der Tag des deutschen Biers. Was für einen Tag haben wir heute? Heute ist Montag. Und Datum? Es ist Montag, der 17. Juni 2019. Danke. Für dich doch immer. Ein Sternchen. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Okay. Oh, Akku ist langsam fast leer, Leute. Ich würde mal sagen, dann war es das erstmal. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mich in die Kommentare. Ich bin raus. Bis dann. Euer Akumisi 21. Ja. 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 Vielen Dank.